Wir haben uns dafür entschieden, Robert, kein neues Vertragsangebot zu machen, weil wir auch einen gewissen Generationswechsel vornehmen wollen. Wir wollen die Mannschaft verjüngen, wir wollen auch die Verantwortung, das ist ja schon ein Führungsspieler auch gewesen, wir wollen die Verantwortung weitergeben, neue Spieler aus der Komfortzone holen, die Verantwortung auch auf dem Platz, aber auch in der Kabine übernehmen müssen. Deswegen haben wir uns rein sportlich dazu entschieden, ihm kein neues Vertragsangebot zu machen, hat sich aber da professionell verhalten und auch zwei tolle Jahre hier gehabt, wofür man ihm hier im Verein sehr dankbar ist.